Da ist wieder ein Hund, der keinen Namen hat. Ähm, das ist der Chester und, ja. Und hier oben ist der Rebio, die, 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 Samira und Salome. Und hier ist dann noch der Heuboden und da der ganz große Reiplatz. Ja, Leute, das war es auch schon mal mein Video und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.